ja guten morgen zusammen wir sind schon wieder in penang angekommen und vielleicht ist es euch gestern und vorgestern aufgefallen wir haben die hafen getauscht die letzten zwei mal waren wir zuerst in lang kawi zuerst in penang und dann in lang kawi und seit gestern machen wir diese reise umgekehrt das heißt wir sind zuerst in lang kawi und dann in penang von dem her ganz cool ich habe dazu mal so eine mail bekommen von tui dass man hier wechselt oder dass man die ersten zwei reisen hier wechselt weil angeblich ein tag vorher ich glaube hier oder nie ein tag doch ein tag vorher in lang kawi noch ein anderes schiff gewesen wäre und deshalb einfach dann zu viel los gewesen wäre vor ort von dem her hat man jetzt die ersten zwei reisen gewechselt und jetzt wird man eigentlich wieder so wie es ganz am anfang geplant war so ich hoffe der letzte film hat euch gefallen ich muss noch ganz kurz nachträglich sagen vielleicht habt ihr gemerkt ich habe zwei drei drohnen videos aufnahmen bekommen die habe ich vom fotografen bekommen der aktiv mit uns dabei war ich hatte das glück dass er aus versehen seine speicherkarte vergessen hat und dadurch hat er meine von der gopro bekommen ich hatte auch nur diese eine dabei und dadurch bekam ich natürlich indirekt auch auf die aufnahmen also ich durfte sie auch verwenden alles gut weil selber darf man keine drohne mitnehmen auf mein schiff von dem her war das für mich ähnlich möglich selber zu filmen aber das war ich cool ich hoffe ihr habt es gefallen ist halt echt was schönes davon oben zu sehen von weit weg ist echt eine richtig coole region hier so heute in penang gibt es wieder was entspanntes so heißt es interessanterweise sei es nicht ganz so entspannt habe ich jetzt vor dem guide gehörte das letztes mal gemacht hat wir haben jetzt eine bus tour und fahren dann mit dem boot zur offen insel und dort kann man zwei stunden entspannen am strand oder man kann zu einem leuchtturm wandern ich wäre natürlich für die wanderung nur einfach baden ist nicht mein ding wie gesagt mein schnarchelequipment ist leider zu hause und es hieß die wanderung sei echt hart ich lasse mich also echt richtig überraschen ich freue mich richtig darauf und hoffe ich finde paar coole sachen bei der wanderung auch für euch also genießt es wie hier 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hallo zusammen. So, wir sind auf der Insel angekommen. Hier das Boot, wo wir gerade angekommen sind. Hier eine kleine Sandbank, hier nochmal ein bisschen Wasser. Und dann ist hier schon der Strand. Wirklich richtig abgelegen. Also hier kommt man wirklich nur mit dem Boot hin aktuell. Die Schuhe habe ich in den Händen, dass nicht alles nass wird. Ich hoffe, die Technik wurde nicht allzu fest nass. Ja, wir haben jetzt bald 10 Uhr. Die Wanderung soll etwa eine Stunde hoch, eine Stunde runter gehen. Ich gehe davon aus, ich brauche etwas länger. Von dem her versuche ich lieber eher bald zu starten. Nicht, dass ich dann gar kein Essen mehr habe, weil ich glaube, um halb eins geht es schon wieder los aufs Boot, damit wir zurückkommen. Ich sehe hier noch nirgendwo einen Leuchtturm. Also weder hier auf diesem Berg, noch hier irgendwie hier an diesem Berg. Ich habe also echt keine Ahnung, wo es lang geht. Ich freue mich richtig. Natürlich, es hieß angeblich, sieht man leider wirklich nur von zuoberst was. Also wenn ich merke nach so einer Stunde 20 oder so, ich schaffe es nicht hoch, dann drehe ich gleich rum. Ich entschuldige mich einfach jetzt schon mal, falls ich es nicht schaffe, so schnell hochzukommen. Aber ich freue mich richtig. Also schon die Bootfahrt hierher war richtig cool. Ah, das freut mich. Ich hoffe, euch gefällt es genauso und habt weiterhin viel Spaß. Ich freue mich. 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 Und dann das zweite sind diese Affen, die ihr jetzt noch am Schluss gesehen habt. Das sind eher neugierige Affen, die auch gerne zu einem kommen, mal etwas mitnehmen und so weiter. Ja, der Leuchtturm war richtig cool. Ich freue mich. 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 Und dann habe ich etwas호�es und dann ist mit dem Boot zurück zum Bus oder mit dem Bus zurück zum Schiff. Ich fand es einen richtig tollen Ausflug, muss ich echt machen KNN. Also da hoch zu wandern war ganz cool. War wirklich anstrengend, aber wenn man oben ist, auf dem Leuchtturm, richtig ne schöne Aussicht, richtig ne schöne Aussicht, man sieht diese Weissbauchadler. man sieht ganz viele unterschiedliche Sommervögel, die Aussicht selber auf das Meer hinaus war wunderschön. Vielleicht hat man Glück und man sieht Tiere, mich pixen gerade Tiere in den Fuß, oder man hat Pech und man sieht nicht ganz so viele Tiere, aber das ist halt der Vorteil an der Natur, es ist einfach so, das heißt, komm einfach ein zweites Mal und du siehst vielleicht mehr. Ja, nee, sonst das Essen war auch okay, das gestern fand ich jetzt ablässungsreicher, heute gab es so gefühlt fünf, sechs unterschiedliche Sachen, davon waren zwei Sachen Fisch und Meeresfrüchte, also ja, aber trotzdem, das Essen war wirklich ganz gut, ich mag diese Spieße, diese Pulle-Spieße mit Ananas, das ist echt richtig cool, gefällt mir. Ja, nee, war ein wunderschöner Ausflug, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr seht jetzt noch die Rückreise, ich wünsche euch trotzdem schon mal einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Musik Ausatmen 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 Why we can't turn back now Cause we've come too far To not leave With broken hearts I guess Something inside my soul Just couldn't stand To let you walk away So easily No, no And maybe in time We can figure out Just what these moments Are all about All we guaranteed is a little change Oh, I don't want My heart to feel This way again And I just need A little more time To make sure What we're doing Is right I just need A little more time To make sure That we're Doing this right Oh yeah Oh yeah I figure that I'd stop by Just one more time And let you know What's really on my mind Oh yeah We both got a lot to say How do I Yeah And Can Vielen Dank.